Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die KitchenAid 5 KSM 7591 XEWH Küchenmaschine 1.3 HP Heavy Duty. Wenn du noch unentschlossen bist, ob diese Küchenmaschine für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon Angebot zur Küchenmaschine werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, wer gerne selbst zu Hause kocht, für den ist so eine Küchenmaschine natürlich durchaus praktisch. Warum betone ich das? Nun ja, heutzutage lassen sich sehr viele Leute auch einfach ihr Essen nach Hause liefern oder gehen ins Restaurant. Wenn man das fast immer macht, dann braucht man natürlich auch nicht so eine hochwertige Küchenmaschine. Wenn man aber sagt, hey, ich verbringe gern Zeit in der Küche, backe vielleicht gerne Kuchen oder es gibt ja viele Einsatzgebiete für so eine Küchenmaschine, dann kann das schon auf jeden Fall Sinn machen. Und genau, preislich bin ich der Ansicht, dass dir hier aus dem Hause KitchenAid ein faires Angebot für eine hochwertige Küchenmaschine gemacht wird. Ob es für dich die richtige Küchenmaschine ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Da hat wahrlich jeder seine eigenen Vorlieben. Es gibt einige Küchenmaschinen auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welche am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften zu dieser Küchenmaschine von KitchenAid auch noch genauer anschauen. KitchenAid Küchenmaschine Heavy Duty 6,9L Material Edelstahl Farbe Weiß Watt 500W Standard Zubehör Knethaken Flachrührer Elliptischer Schneebesen 6,9L Edelstahlschüssel Spritzschutz Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Insgesamt betrachtet bin ich der Ansicht, dass dir hier aus dem Hause KitchenAid ein faires Angebot für eine hochwertige Küchenmaschine gemacht wird. Ob es für dich das richtige Küchenzubehör ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Mach dir noch dein eigenes Bild zu dieser Küchenmaschine aus dem Hause KitchenAid. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Kochen.